Hey, Kinders. Willkommen zum Living Room. Oh nein, ich hab geskippt. Ach, so ne Scheiße. Weißt du, da sagt sie mir, wir müssen dann gucken, dass deine Kinder hier auf jeden Fall rauskommen. Hör mir zu, du musst die Kinder aus diesem Haus rausnehmen. Als wenn die Frau sagen würde, nö, nö, ist so schön. Ich hab damals die Tapeten in stundenlanger Arbeit hingeklebt, ich bleib do. So ist die Frau nämlich gerade, weißt du? Als wenn jemand so reagieren würde, hallo, hier sind, oh mein Gott. Okay, Fredoart und Foxy. Was hab ich jetzt davon? Also wenn ich jetzt einfach mal annehme, dass Foxy, weil das hier nach links zeigt, vielleicht aus der linken Tür kommt und Freddy aus der rechten Tür. Und die beide auf die Türen zulaufen, dann, ach so, ich kann da nicht durchgucken. Was kann ich hier sehen? Fucking none. Hat man schon was gehört eben? Keine Ahnung, ob ich das war. So, wie sieht's denn aus? Wir sind, oh fuck. Okay, wartet, ich halt Foxy kurz an. Ungefähr eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Freddy ist jetzt vor der Tür, dann geh ich jetzt darüber. Oh Gott. Boah, ich glaub, der andere kommt auch, ne? Verpiss dich. Freddy, bitte. Ah, haha. Total lächerlich, Mann. Und was haben wir hier? Gar nichts. Hier muss doch auch irgendwas kommen. Kann doch nicht sein, dass die dritte Tür einfach so chillig ist. Also, wo seid ihr denn jetzt wieder? Sind die einfach dann resettet oder laufen die jetzt vielleicht zu der anderen Tür? Das wäre natürlich eine ganz große Schweinerei, ne, wenn das passieren würde. Ich halte mal Foxy kurz an. Jetzt kann ich mir auch die Namen so ein bisschen beibringen. Denn das hier ist Foxy. Und hier ist ein Fredoart. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass nach dieser Rechtskurve bei Foxy auch gleich nochmal ein langer Gang kommt, bis die Tür dann erscheint. Ich lebe hier zwar schon ewige Jahre in diesem Haus, aber ich kenne mich noch nicht so gut aus. Wer hat denn da gerade rumgejault? Fuck, ist das jetzt die Tür hinter mir? Oh. Okay. Aber der bewegt sich ja gar nicht. Das ist wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem. Eine Puppe halt, ne, heißt das Bescheid. Freddy, wie sieht es aus? Oh, Freddy ist gleich da. Ich halte Foxy noch 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden an. Guck kurz bei... Okay. Fuck, ich darf nicht so genau... Oh. Okay, er ist gleich da. Kurz anhalten noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss hinten bei der Tür gucken. Oh shit, der ist aber schon nah. Ich weiß gar nicht, wo ich mich vor ihm verstecken soll. Links oder rechts oder hier? Oh fuck. Wer mich anguckt. Are you human? Das ist schön, wie dieses Hintergrundlicht mitmacht, ne? Blau, rot, schell. Wenn ich gar nicht drücken würde, würden sie gleichzeitig kommen? Ja, ne? Der hier macht Geräusche. Und er war eben scheinbar noch nicht so arglos. Also ich hätte mich direkt vor Bums verstecken können. Also, kommt mal ran. Ich halte ihn einfach jetzt 10 Sekunden an. Dann sollte das ja an sich überhaupt schon reichen. Um eben den Sieg einfahren zu können. Außer die Wege sind nicht gleich lang. Aber ich gehe davon aus, dass die Wege für beide exakt gleich lang sind. So ein schönes Haus. Da unten standen gerade meine Schuhe. Er hat doch den einfach stehen. Ja, okay. Ist natürlich kontraproduktiv, ne? Wenn er stehen bleibt. Wundert euch nicht über meine Haare. Ich bin erst aufgestanden. Von nicht allzu langer Zeit. Hab gestern Abend noch geduscht. Ich hab jetzt noch kein Gel drin, weißt du? Die sind gerade fluffig. Wie Marshmallows. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh Freddy. Oh Freddy. Du bist so fett. Und isst gern Spaghetti. Ich gehe mal hier hin. Oh, ich. Ja, geh doch wieder weg. Kann ich mich jetzt schon bewegen? Ja, bestimmt. Fuck's line. Komm doch. Hihi. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt. Aber es scheint einfacher zu sein als das erste Level. Oder? I don't know why, but I think it's a and farra. So, Freddy ist wieder da. Und den lasse ich einfach mal rennen. Ist dieses Offset von 10 Sekunden vielleicht jetzt immer vorhanden? Ah ne, wir haben ja festgestellt, dass die sich manchmal hinstellen und einfach nur dumm in der Gegend rum gucken. Aber eigentlich müsste Freddy schon wieder auf die Tür zulaufen. Ich halte ihn jetzt nochmal 10 Sekunden an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie macht 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10. Freddy ist gleich da. Aber der andere hat gerade rumgeschrien. Äh. Fuck. Ich muss mich kurz beilen. Warte mal. Shit, 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 shit. Freddy ist da. Foxy braucht noch eine Weile. Okay. Fredoat. Ich erwarte dich im Living Room. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Kommst du bitte rein. Dankeschön. Und zwar diese Taschenlampen nachts. Das geht mal gar nicht, okay? Jetzt weck die Kinder auf. Macht meinem Mann Angst. Jetzt geh ich einfach hier rüber und warte bis Bums Kanickel kommt. Und da haben wir ihn auch schon. Ab mit dir, aber ganz schnell, mein Freund. Er ist schon recht nah, aber ich glaube, es geht noch eins näher, oder? Dass er so direkt vorm Loch steht, um mich zu erschrecken. Ich glaube, das ist jetzt der Sound. Oh! Ah, lieber auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob er mich hier sieht. Oh, hoffentlich kommt er jetzt. Oh, shit. Jetzt stehe ich echt scheiße da. Na, ich kann nichts machen. Ah! Jetzt muss er kommen. Leute, ich glaube, Freddy kommt zuerst, ne? Oh Gott. Ich glaube, sie leiten. Schau, schau, schau. Freddy! Ich bin nicht da! Oh, die kamen gleichzeitig. Das geht ja mal gar nicht, nee. Ich muss sofort beim zweiten Mal, wenn sie weg sind, einen von beiden stoppen. Also den, der... Keine Ahnung. Den letzteren. Ich weiß jetzt aber auch, dass er hier wirklich erst dann kommt, wenn er so ganz close ist. Und er macht da vorne noch so komische Geräusche. Die muss ich mir merken. Also ich will schauen, dass ich hier Foxy eine krasse Verzögerung gebe. So vorneweg 15 Sekunden. So, jetzt müsste Freddy gleich ankommen. Und Foxy ist noch bei der Kurve erst. Komm, ich gebe hier nochmal 5 Sekunden. Und Freddy ist immer noch nicht bei der Tür. Foxy, du musst noch länger warten. Aber nicht, dass ich zu lange warte, ne? Dass Foxy dann gerade kommt, wenn Mademoiselle Dumbledore kommt. Komm noch. 1, 2, 3. Freddy ist jetzt gleich bei der Tür. Ich schalte schon mal auf Foxy um, dass ich ihn mir sehr schnell angucken kann und verstecke mich. Habe ich hier so einen Sanity-Meter? Nee. Aber ich habe einen Lump. Hallo. Alles in allem scheint es mir tatsächlich einfacher zu sein. Wisst ihr was? Ich bremse ihn jetzt sogar nochmal aus. 3, 2, 1. Bam! Foxy! Und da ist er wieder weg. Freddy, du bist jetzt bald da. Foxy ist noch gar nicht unterwegs. Oh, er bleibt stehen. Aber nur kurz. Ich glaube, die gleichen sich manchmal wirklich ab. Eben hat man ein Geräusch gehört. Das muss jetzt der da hinten sein, denke ich. Ja. Ich muss mal die Geräusche einfach einprägen. Dieses von weit weg ist tatsächlich noch weit weg. Freddy ist gleich da. 1, 2, 3. Das wäre cool, wenn man zusätzlich Schritte hören würde, wenn jemand close ist. Er ist nochmal eins näher gekommen. Hat man eben gehört. Ich muss als Foxy unbedingt ausbremsen. Obwohl, nee. Foxy soll schon mal jetzt einfach durchkommen. Hopp, nicht anhalten. Komm durch, dass ich mich gleich um den anderen kümmern kann, bitte. Ich halte jetzt ihn an. 1, 2, 3. Du, das war mir etwas zu knapp Und jetzt kurz gucken, was Freddy macht Freddy ist noch weit weg Eins Closer geht noch Ihr müsst uns den Sound merken Merkt euch den Sound Gott, war das der Sound eben? Ja, das war der Sound Und jetzt ganz genau gucken Was mit Freddy und Ding ist Freddy ist gleich da, Foxy, eins, zwei, drei Gut, 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 gut Das Timing ist gerade on point Ja, geh wieder weg Ich muss doch jetzt nach Foxy gucken Dankeschön Ich muss doch noch Xbox spielen Eins, zwei, drei Wie viel ist das eigentlich? Zwei erst Ach komm Das hätte es ruhig schon mal die Hälfte sein können Ich habe euch ja schon gesagt Dieses Erschrecken ist wirklich das geringste Problem Oder die geringste Sorge bei diesen Spielen Sondern man hat echt Sorge, dass man das ewig machen muss Bis man es mal schafft So, Freddy, du kommst jetzt einfach durchgepusht, genau Ihn halte ich wieder an Hier ist jetzt wieder jemand, oder? Ja, da ist er Immer noch zwei Uhr, ich weiß es nicht Ich halte Foxy jetzt noch ein bisschen an hier Vor der Wand So, Freddy Freddy ist gleich da Nochmal eins Oh, shit, jetzt hat er aber Schritte gemacht hier Also manchmal machen die richtige Sätze Er ist eins näher gekommen An der Double Dog Gut, Foxy braucht noch kurz Es wäre gut, wenn Foxy jetzt gleich kommt Und dann muss ich, glaube ich, Freddy anhalten Auch wenn es dann so führt, dass sie dann wieder gleichzeitig kommen So ziemlich gleichzeitig Drei Uhr, ne, also Zieh ab Eins close geht noch Shit, 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 das wird jetzt schwierig Freddy, 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 du darfst nicht gleich da sein Ich muss ihn jetzt halten Bis der Ding kommt Jetzt kommt er gleich Und dann weiß ich nicht, welcher von den beiden zuerst kommt Fuck Hopp, komm rein Los, 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 los Eigentlich müsste Freddy zuerst kommen Au Geh weg Okay, jetzt müsste Foxy kommen Ich trau mich jetzt nicht zu gucken Ich kann jetzt nicht gucken Wo Foxy bleibt, weil sonst beißt er mich I know it Und dann muss ich die Verzögerung wieder reinbekommen bei denen Ah, da ist er ja So, Freddy ist gleich wieder da Foxy ist noch überhaupt nicht auf dem Schirm Was mit ihm Er ist noch gar nicht da Okay Wahrscheinlich kommt er auch bis vier nicht mehr Dann lasse ich jetzt einfach mal Freddy wieder kommen Und bei Foxy hau ich wieder die Verzögerung rein Eins Freddy, wie sieht's aus? Halb da, Schlüpferstürmer Mein Gott, Freddy, hast du mich erschreckt Du bist ein ganz gemeiner Bär So, Foxy, wie sieht's aus bei dir? Alles klar Foxy braucht noch kurz Da ist er jetzt wieder, ne Oh, shit, der ist schon close irgendwie Jetzt ist der andere bei der Double Door aber echt schnell gewesen Ah, gut, das ist aber auch schon vier Muss er auch im Kopf behalten Er ist noch eins näher gekommen Eins geht noch Freddy, du musst langsamer machen Ist immer noch nicht close Scheiße, Freddy Ich bin geliefert Freddy kommt gleich direkt hinter mir durch die Tür Hop, 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 hop Oh Ich weiß nicht, was mit Foxy ist Keine Ahnung Ich muss gucken Ah, nein Fuck Es war sogar noch Freddy, der mich erwischt hat Es war fünf Uhr irgendwas Bitte Einen Versuch noch Wenn ich's dann nicht schaff, werd ich's niederlegen Hier, die ganze Schose Diese ganzen Quicktime-Sachen Sacken einfach so hart Oh, Freddy Zieh ab, mein Freund Der andere scheint ultra close zu sein Foxy braucht noch Jahrhunderte Oh shit, der ist ultra close Wartet mal Fuck Foxy, bleib stehen Ich hab mich da leicht vertan Ich bin gleich richtig genudelt Er kommt jetzt Und danach kommt direkt Foxy Oh, alles klar, okay Also weiß ich Irgendwann Zeit und Muse haben, sollte ich hier Mich wieder rein zu quälen Werde ich's machen Aber es gibt keinen richtigen Fortschritt Du machst eine Sache am Schluss irgendwie falsch Und musst komplett von vorne anfangen Nun ja, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen Vielen Dank fürs Zusehen Macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao Vielen Dank.